Auf die Lehre, fertig, los, hieß es beim siebten Lehrlingsgipfel in Päuerbach. Veranstaltet von der WKO Grieskirchen in Kooperation mit der Sparkasse Everding Päuerbach-Weizenkirchen und den neuen Mittelschulen Päuerbach, Neukirchen am Walde und Natternbach. Das können sich die Jugendlichen, die Schülerinnen und Schüler und vor allem deren Eltern, das ist ganz wichtig, dass die auch in Begleitung dabei sind, informieren, was für tolle Lehrbetriebe es vor Ort gibt. Das heißt, du sparst sehr viel Zeit, du brauchst die Pendeln und kannst einen tollen Lehrberuf vor Ort ausüben und erlernen. Vor allem die gute Zusammenarbeit zwischen Schulen und den regionalen Betrieben stellt hier eine wichtige Grundlage für die berufliche Zukunft der Schüler dar. Es ist wichtig, dass die Lehrerinnen und Lehrer auch die Betriebe kennen und genauso gut ist umgekehrt. Wichtig auch, dass die Wirtschaft in die Schulen geht und dieses Gegeneinander sich wertschätzendes Kennenlernen Davon profitieren die Eltern, die Jugendlichen und ich glaube schlussendlich die ganze Region. Wir in NMS sehen unseren Auftrag einfach, unsere Schüler den Weg zu zeigen, der für sie da in der Nähe einfach Lebensqualität, hohe Sicherheit und enorm große Karrierechancen bieten. Und dieser Weg führt zu den sehr starken regionalen Firmen. Und diese waren auch heuer wieder zahlenreich vertreten. Wir sind für die Region, wir bleiben in der Region, wir wollen in der Region bleiben und auch unsere Mitarbeiter profitieren natürlich von kurzen Wegen. Wir sind ein Anbieter für Lehrlinge vor Ort. Und es stärkt einfach den ganzen Wirtschaftsraum, wenn unsere Firmen Lehrlinge bekommen und vor allem weiß man schon eines, sie bilden auch die Lehrlinge sehr, sehr gut aus. Wir sind jedes Jahr dabei, wie gesagt, der Chef legt da riesen Wert drauf, da wir sich da ein bisschen präsentieren. Und es sind schon zwei, drei Dokumenten, die wirklich Interesse gezeigt haben, dass sie im Frühjahr dann schnuppern kommen und den Betrieb anschauen wollen. Wenn sie dann natürlich bei uns am Stand was sehen, da ist es dann trotzdem interessanter. Und wir machen dann auch gleich Termine aus für Schnuppertage, dass wir dann auch gleich was sehen. Gerade Schnuppertage bieten einen umfassenden Einblick in das Unternehmen und enden nicht selten mit einer Fixanstellung. Beim Eckmeier war ein Lehrstuhl, dann habe ich mich beworben. Dann war ich schnuppern zwei Tage und es hat mir viel gefallen. Und der Chef hat auch gesagt, dass ich sehr fleißig war. Und er hat auch gesagt, ja, wenn es dir gefallen, kannst du gleich unterschreiben. Starte auch du deine Karriere mit Lehre in einem Betrieb deiner Region.